In dieser Folge. Zone kommt, ich würde jetzt mal laufen. Ich könnte dir mein Instagram geben, wenn du möchtest. Oha! Was geht, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zu diesem erneuten YouTube-Video. Ja, Ladies and Gentlemen, wir sind zurück in Fortnite. Ladies and Gentlemen, die neue Season hat begonnen. Und da gibt es doch gerade nichts Besseres, als Fortnite zu spielen. Denn Bauen ist deaktiviert. Das heißt, die Sweater müssen den Gang zurückfahren. Finde ich super. Und tatsächlich bin ich in eine wirklich wundervolle Lobby gekommen, wo einige wirklich coole Dinge passiert sind. Ich würde sagen, ich will nicht zu viel spoilern. Ich sage nur so, heute lief es richtig gut, was die Mädchen anging. Ich würde einfach nicht spoilern. Schaut das Video einfach bis zu Ende. Ganz wichtig für den maximalen Support. Dürft ihr gerne, wenn ihr korrekt sein wollt und ein bisschen supporten wollt, unten im Item-Shop gerne auf korrekt den Quater-Code L-U zu dem M-E-Double-X. Lumex eingeben auf korrekt. Support ist kein Motto. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Ja, das war es. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, meine Freunde. Hey, let's go. Guten Tag, die Damen und Herren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Digga, wer ist sie denn, Alter? Nein. Nein. Ey, Digga, da müssen wir aber jetzt mal hier. Ey, ey, hier, komm schon. Hier, Oktopus. Ey. Wer von euch ist denn jetzt hier der Ältere in der Lobby? Ey, ganz, ganz kurz. Stopp. Mir ist die Stimme gerade bekannt vorgekommen. Du bist jetzt aber nicht der echte Lumex, oder? Ne, ne, Relic, das ist jetzt mal drauf geschissen. Du musst mir jetzt helfen. Wir müssen die Prinzessin jetzt mit dem Oktopus. Ey, nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, ich komm. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Äh, Relic, hörst du mich? Ja, Lumex. Was geht? Ich liebe deine Videos. Was ist, bist du auf Türkisch gerade live oder so? Ich hatte gerade eigentlich ganz andere Pläne. Können wir das einfach ganz kurz vergessen? Guck mal, ich will jetzt wissen, wer von euch ist jetzt hier der Älteste? Wie heißt du? Ne, wer ist dieser Relic? Bist du der Ältere hier? Ja, ne? Nein. Ich bin älter als er. Echt das? Oh, mein Gott, Relic. Du musst mir jetzt helfen. Ja. Wir müssen diesen Oktopus mit Prinzessin verarbeiten. Koppel, meinst du, wir kriegen das hin? Safe, oder? Ähm, ich zog gerade mit Prinzessin zusammen. Wir zocken gerade zusammen. Wir zocken zusammen. Ich weiß, wir müssen die jetzt, wir müssen die verkoppeln jetzt. Du weißt, wir kriegen, bei mir ist der Gegner. Ich bin gerade so geheimt. Ich kenne mich heu. Alles cool. Entspannt euch. Fahrt den Gang zu. Wir regeln das. Schau mal. Prinzessin, ist die Prinzessin überhaupt noch da? Ich lebe ja, ich lebe. Hattelmann, bist du auch ein Mädchen? Ja. Alarm! Alarm! Ich habe wirklich gar nichts gesagt. An der Stelle bin ich auch mal ganz schnell weg. Ich weiß, wie du aussiehst, Nomex. Cool, Mann. Ey, Prinzessin. Ja. Wie alt bist du? Sei mir ehrlich. 18. Du bist 18? Oh, mein Gott, Rieger. Das ist doch genau dasselbe wie mit dir. Du siehst aus, du bist 15, bist aber auch irgendwie geil. Ja, ja, ey, das ist doch das Ding, Digger. Ey, bei mir ist es ging da rein. Warte kurz. Ah! Sehr stark. Ich komme nicht drauf klar. Ich wollte fragen, es ist immer eine Prinzessin. Du wirst ja 18, sagst du, ne? Ach so. Ich wette nicht. Du wirst 19, okay. Meine Frage, aus welchem Bundesland kommst du? NRW. NRW. Scheiße, okay. Äh. Bisschen reingekackt, aber es ist nicht komplizierender Faktor. Wo wirst du, Lumex? Ich komme aus Sachsen, Digger. Aber es ist nicht weit bis nach. Ich auch. Ich komme auch aus Sachsen. Du kommst auch aus Sachsen, sehr stark. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich, ich, ich bin Reiter. Ach so, okay, sehr stark. Okay, das, äh, lassen wir wieder einmal an der Stelle. So, warte mal, jetzt nochmal. Prinzessin. Warte mal. Hm? Du bist 18, sagst du? Kommst du aus NRW? Nein. Ich werde 19. Du bist 19. Ist das dein Freund? Nein. Nein? Nein. Okay, hast du einen Freund? Ja, leider. Also, dieser Relic, also, Phil kann auch, äh, sagen, selber bestätigen, dass ich eigentlich keinen Bock mehr auf diese Beziehung habe. Also, sagst du drauf geschissen, so vom Ding, oder? Und nein. Er, er bringt wirklich Fortnite-Content. Scheiße. Oha. Also, auf jeden Fall. Jetzt macht er so, jetzt mach nicht dieses Nitschmove. Ich bin gerade gut dabei. Du musst es jetzt nicht kaputt machen, okay? Okay, okay, okay. Komm schon, Mann. Gib, du musst mir eine Chance lassen, Mann. Ey, jetzt bist du überhaupt nicht. Ich gebe dir eine Chance, bis wir Insta haben. Oha. Du, warte, warte. Ob ich Insta haben will, das ist, also, wir fragen so, kannst du es mir denn geben? Das wäre jetzt die andere Frage. Ich könnte es dir meinen Insta geben, wenn du möchtest. Oha. Oha. Heute, heute macht es gut, ja. So geht das. So geht das, siehst du? Also, du würdest mir Insta sogar geben, sagst du? Ja. Ja, also, ich bin offen, du kannst, du kannst, du kannst loslegen. Ich, 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 ich. Ja? Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, genau. Ach, privat, ach, scheiß drauf, Digger. Ja, ich kann. Ja, warte, ich schicke eine Anfrage. Doch, komm, ich habe gefolgt. Komm, rein da jetzt. Ey, aber du, du hast. Ey, das ist halt wirklich der echte. Ey, das höchste Follower dazu bekommen. Ich komme nicht gleich. Ich komme weg. Ey, stopp mal. Ey, du musst dazu bedenken. Bevor wir jetzt gleich weiterreden, ich habe einen Play-Button. Vergesst es bitte nicht, okay? Also, das, dein jetziger Freund hat bestimmt keinen Play-Button, würde ich jetzt einmal so behaupten, oder? Nein. Das war der Co. Äh, du kannst dir mal die Story erzählen. Ich erzähle dir mal die Story. Ich habe dir beide mal so eine FA geschickt. Die kannst du auch gerne annehmen zu aufnehmen. Nein, sag, ich finde, sag mir, das ist ein Traum. Das ist tatsächlich kein Traum. Tatsächlich ist das nicht. Nein, das ist der echte. Das ist, das ist ein Traum. Was sagen wir das? Das ist die Formel, die echte Worte. Ey, Relic, sehr ehrlich, ich glaube, ich bin gut dabei, sehr ehrlich, oder? Ich glaube, ich bin gerade gut dabei, sehr ehrlich, oder? Ja. Ich bin schon gut dabei, oder? Läuft mega. Läuft mega gerade. Ja, ja. Ja. Ey, mach so eine dumme Frage. Ey, Mai, warte mal, jetzt machst du nur mal eine dumme Frage. Bei deinen Highlights? Ich stelle dich an. Ja. Ich habe einen Weg gemacht. Ist egal, scheiß drauf. Was sind meine Highlights? Gar nichts. Alles cool. Aber du meintest ja, du hast keinen Freund, ne? Mhm. Das finde ich sehr stark. Finde ich wirklich cool. Tatsächlich habe ich auch keine Freunde, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wollte ich einfach mal am Rand dazu sagen. Einfach nur so, weil ich Langeweile habe natürlich. Fuck, warte mal. Die Zone kommt, ich würde jetzt mal laufen. Eifer. Ach komm, scheiß drauf, Dinger. Oh fuck, fuck. Nein, nein, ich sterbe. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Mal so, bei dir läuft es richtig. Bei mir läuft es gut mit Mädchen, sehr ehrlich, oder? Richtig gut. Sie hat mir gerade was im Gruppentalk gesteckt, weißt du? Ah, ist sehr stark. Sehr, sehr stark. Es läuft sehr, sehr stark. Sagst du ehrlich, es läuft gut? Ja, schon, oder? Es läuft richtig gut. Okay, sehr stark. Okay, ich bin gut dabei. Das freut mich so, wenn ich gut dabei bin. Jungs, seid ihr gut? Du bist richtig gut dabei. Ich bin sehr gut dabei. Hast du gehört? V-Tix? Ja, ja, ja. Ich bin gut dabei. Ich packe dich einfach auf meine Schulter, Frau Prinzessin, und dann carry dich durch die Runde durch. So, dann wird das sein. Okay, easy. Der Asa hat nur 67 Punkte oder so. Das kann mich nicht so auffallen. Das ist der halt wirklich. Seine Videos, er hat genau denselben Namen. Also, das ist, nee. Das ist er. Der hat mir, was ist er? Insta gefolgt, der heißt genau so auf YouTube. Ja, vielleicht ist das auch alles. Vielleicht ist das nur ein Traum, weißt du? Vielleicht ist das dann auch, oder? Das ist, also, nee. Ich denke, for real ist das ein Traum. Nein, das kann nicht wahr sein. Nee. Das sind viel zu viele... Fuck, ich bin dead, man. Weil ich, ich hasse dieses Spiel. Bitte. Alles gut, ich bin unterwegs. Warte, wie heißt du? Äh, ich bin Lumix. Perfekte Scheiße, ich bin auch dead. Und das Game ist tatsächlich ein bisschen scheiße, meiner Meinung nach. Ja, ja. Weil der Typ, der Gegner ist schlecht und trotzdem sterb ich halt, weißt du? Das ist halt nicht so. Wo sind sie? Pass auf, auf dem Dach. Ey, warte mal. Wo bist denn du Prinzessin? Komm mal her, komm mal. Jetzt fahr' ne Runde Lambo, Digga. Das ist es doch. Abfahrt. Das ist es. Das ist sogar mein Lieblingsfarbe. Mit Pink, Digga. Okay, perfekt. Komm. Das ist nicht Pink, das ist Lila. Na, ist halt Lila. Komm, es ist alles das gleiche Scheiße drauf. Fuck. Erst One-Shop, by the way. Ist egal. Scheiße auf die Runde. Ey, Phil, ich fass grad. Wir machen jetzt Strandausflug. Komm, Abfahrt. Ja, okay, fuck. Ich hab das Spielkopf. Ich war so. Ich werd von zwei Leuten gepusht. Von drei Leuten. Von dem ganzen Team. Fuck bei mir. Ich mach jetzt Strandausflug. Warte, komm. Abfahrt. Rilik, du guckst jetzt zu. Komm, wir machen jetzt Strandausflug. Ja, alles gut. Okay, warte. So. Scheiße, Benzin ist der. Fuck. So, komm, wir setzen uns hier ins Wasser. Komm, auf ganz gemütliche Hase. Die sind auch toll, die Fische, oder? Sehr ehrlich. Also, ich find die super. Warte, ja, warte, warte. Ich setz mich jetzt daneben. Komm, warte. Und zack, mit dem Baseball. Oh, wie wird der Tag so? Also, mein Tag war... Also, seit ungefähr 15 Minuten ist mein Tag wirklich absolut super, Digga. Also, wirklich. Rilik, komm. Ja. Komm, sag, hau Anmachspruch raus jetzt. Komm, ich bewährte jetzt, Bruder. Komm, hau raus. Ich bin absolut los. Ich hab keinen Auflager gerade. Schade. Äh, Lumex. Aber ich sag dir mal so, du brauchst keinen Anmachspruch. Ich bin schon so gut dabei, sagst du? Du bist schon so gut dabei. Sehr gut, das läuft ja. Ähm, Lumex? Ja, das ist mein Name. Ein Freund von mir meint halt, der mag, der konnte ich nicht alles. Das ist doch sehr gut, siehst du? Lumex, die Frage hast du das immer noch bis heute nicht beantwortet. Welche Frage hab ich nicht beantwortet? Ach, wie alt ich bin? Ach so, ja gut. Das hier ist ja 23 nach wie vor. Daran wird sich ja nichts ändern. Du bist 23? Ja. Lüge. Lüge, okay. Wenn du mir nicht glaubst, was schätzt du, wie alt ich bin? Also, 17, 16. Du schätzt mich jünger als du? Ach, scheiß drauf, Digga. Sag's halt, ihr wisst nicht, wann wir... Oh, ihr werdet beschossen, Mann! Digga! Das war's mit dem Haus. Digga, ey, Cannabis wird hier angebaut in dem Scheißhaus, Alter. Ich schwör sogar. Sagst du so, sagst du so, Footnet-Date of cool? Ja, safe. Ja, und ich mein auch real, gell? Ach, real, ja, das ist ja bisschen schwierig. Guck mal, du sagst, ne? Komm rüber, ich flog mit Düsen-Chat. Ich komm mit Düsen-Chat rüber. Oder mit dein Bobbycar einfach. Mit Bobbycar komm ich rüber, safe. Ja. 100 Prozent. Mhm. Ey, warte mal auf, wenn wir jetzt einen Sieg holen, dann... Warte mal, oben ist ein Gegner, warte mal. Ihr seid zu zweit und spielst du. Achtung, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm! 35er ist. Du gegen Scott, bleib vor euch. Ich hab was für ihr selber ist. Komm her, komm her. Komm, komm her. Nein! Scheiße, Mann. Wir müssen die Tage auf jeden Fall nochmal spielen. 100 Prozent. Sagst du, Relic, wir zocken alle zu dritt nochmal, ist eine Runde Trio aufentspannt? Also, wenn ich halt komm... Absolut. Absolut. Das ist es doch. Okay. Wenn ich komm... Ich, ich hab immer Zeit. Ich bin immer dabei. Ich nicht. Unpraktisch. Relic, du weißt, komm, wenn ich... Ich slide in die Insta-DMs rein und dann... Weißt du, machen wir so ein Fortnite-Date auf cool. Okay, dann, wir sehen uns dann. Ich, äh... Ich slide in die DMs rein, 100 Prozent. Nein, ich werd ausgelockt. Ich werd ausgelockt. Ich werd nicht ausgelockt. Ich werd nicht ausgelockt. Wer ist er denn? Aber dennoch, meine Freunde, wir waren heute dabei. Heute lief schon gut, seid ehrlich. Heute lief schon gut. Also, dafür müsst ihr schon ein Abo-Like da lassen. 100 Prozent. Und ansonsten möchte ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.